Ich glaube wirklich, dass Trance eine Wissenschaft ist. Deshalb erwarte ich für euch alle, dass ihr Wissenschaftler seid. Ich möchte nicht unbedingt alles glauben, was ich euch erzähle. Ich möchte, dass ihr mich herausfordert. So dass ihr eure eigene Autorität und eure eigene Wahrheit bekommen könnt. Ich möchte, dass ihr eure eigene Wahrheit seht. Also in diesem Anfangsstadium solltet ihr euer eigener Wissenschaftler sein. Und ihr müsst es überprüfen. Bis ihr überzeugt seid von euren eigenen Fähigkeiten. Und sie müssen wirklich einen Weg finden, um durch die ganzen Sachen zu gehen, zu umgehen und den Weg direkt hierher zu finden. Und das ist ja nicht einfach, oder? Könnt ihr jetzt einfach verstehen, wie schwierig die Reise ist für die geistige Welt? Und zwar nicht nur für euch allein. Weil ihr glaubt, ihr könnt immer einfach sitzen, die Hände offen und ganz ruhig bei euch. Und ein Wunder wird passieren. Aber es gibt einen ganzen Prozess, durch das die geistige Welt muss gehen. Und sie müssen auch sehr angeschränkt und hart arbeiten, um diese paar Minuten mit ihr in diesem Bereich herzustellen. Also ihr versteht jetzt, wieso ihr euch keine Kunst unterrichten? Also ihr versteht jetzt, wieso ihr euch keine Kunst unterrichten? Das Aurangfeld, das ist etwas, was ihr wirklich mit auseinandersetzen müsst. Ihr müsst das studieren, ihr müsst das verstehen. Weil das ist ein Werkzeug, das ihr braucht für alle eure Arten von Medialität. Weil die Geistige Welt wird, wie durch das ganze Aurangfeld sich damit vermischen und da zum Geist, Spirit von der Medialität. So je stärker unser Aurangfeld ist, je stärker unser Aurangfeld ist, desto dichter kann das Nähere das Vermischen mit der geistigen Welt sein. Und je mehr wir selber lernen über das energetische Feld, desto besser wird unsere Medialität auf allen Ebenen. Dieses Licht repräsentiert eure eigene Kraft. Und es könnte sein, dass eure Kraft zur Zeit sehr schwach ist. So ist es sehr schwer, das wahrzunehmen. Aber ich will, dass ihr wisst, dass es da ist. Und mit jeder Einatmung wird dieses Licht größer. Mit jeder Ausatmung wird dieses Licht strahlender. Einatmen, das Licht wird größer. 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 Mit jeder Ausatmen, das Licht wird größer. Lager dann?